Was ist der Gesegnete Sabbat? Dass an den Tagen, wo ich das vielleicht mal nicht bewusst so mache, man öfter vielleicht so in den Tag hineingeht, nicht mit diesem wirklichen Bewusstsein. Und deshalb dürfen wir Gott danken. Wir werden uns jetzt heute in dieser Präsentation mit prophetischen Ereignissen beschäftigen. Nicht nur, wie ich auch gerade eben gebetet habe, um einfach Informationen zu sammeln, sondern, wie die Bibel auch sagt, damit Christus in unseren Herzen wirklich aufgeht. Und wir merken vielleicht, oder dass wir merken sollten, wo wir einfach persönlich stehen und wie nah wir eigentlich an der Wiederkunft sind. Und wir wissen, dass das prophetische Wort uns sagt, in Offenbarung, Kapitel 13, dass bevor der Wiederkunft ein großes Ereignis geschehen muss, nämlich das Mahlzeichen des Tieres. Und Christus, der hatte seine persönliche Krise gehabt, als er vor dem Kreuz stand und er hatte sich vorbereitet und er war bereit, alles für uns zu geben. Sonst wären wir heute nicht hier. Und die Frage, die einfach im Raum steht, ist, wie sehr wir bereit sind, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir sehen, dass es für Gottes Volk immer enger wird, wie bereit wir sind, wirklich für Gott alles zu geben. Und deshalb sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, dass sie wirklich wachen und beten sollen. Denn manchmal frage ich mich, ob wir wirklich realisieren, was dort geschieht, obwohl wir manchmal selber, auch ich, über diese Ereignisse predige und diese Dinge beobachte. Aber ob man wirklich, das wirklich erfasst zum Punkt, nachdem natürlich was uns offenbart ist, was wir wissen können, was da wirklich auf uns zukommt. Und Gottes Wort sagt uns, nicht jetzt, damit wir irgendwie Angst davor haben müssen, aber Gottes Wort sagt uns schon klar, dass die Erfahrung, die wir haben werden, wenn wir Gott treu bleiben, dass das eine sehr, sehr bittere Erfahrung werden wird am Ende der Zeit. Dass uns immer mehr quasi weggenommen wird, im Sinne von wirklich buchstäblich Dinge weggenommen wird, aber auch der psychische Druck einfach auf uns immer stärker werden wird. Auf dem Bauern, Kapitel 12, Vers 17 sagt das ganz deutlich, was eigentlich das Ziel Satans in diesen letzten Tagen ist. Und Christus, der hat gerungen im Garten Gethsemane, um Kraft zu bekommen. Und deshalb dürfen wir auch Danke sagen dafür, dass wir den Sabbat noch haben und noch, sagen wir mal, irgendwo in Friedenszeiten, obwohl so ganz Frieden ist eigentlich nicht mehr, aber dennoch den Sabbat einfach haben, um uns auch gegenseitig zu stärken und bewusst zu machen, dass wir unser eigenes Leben in Ordnung setzen sollten und auch das Leben letztendlich von unseren Ehepartnern, Kindern und so weiter, von unseren Familien wirklich in Ordnung setzen sollten. Denn die Dinge, die wir uns jetzt heute betrachten und anschauen, werden wir sehen, dass das Dinge sind, die sehr real sind und die sehr, sehr bald jetzt umschwenken werden, von einem weltlichen Kontext im Moment noch auf Gottes Volk hinüber. Ich hatte vor einigen Tagen eine Präsentation gehalten mit dem Titel Cyber Lockdown, weil ich habe einige von euch das gesehen. Und ich möchte uns ein bisschen anknüpfen an diese, nicht unbedingt an die Thematik mit dem Cyber Lockdown, da kann man sich die Präsentation jetzt für anschauen. Aber mir ist etwas bewusst geworden jetzt im weiteren Studium in den letzten Tagen, wo ich jetzt einige Artikel noch gelesen habe zu dieser Thematik. Und wir kommen ja nicht vorbei an, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht mal hören können, aber wir kommen halt einfach nicht an Corona, Masken tragen und Impfungen und diese ganzen Sachen vorbei. Ich erinnere mich noch daran, dass einige von euch, die diesen Vortrag geschaut haben, Cyber Lockdown, da hat sich so ein Video gezeigt von einem Pastor aus Kanada, der eigentlich aus Polen kommt, Pastor Pawlowski, und der von Sprach, der im Kommunismus aufgewachsen ist. Und er sagte, dass das alles sich jetzt hier nur wiederholt und alles das, was im Moment geschieht, letztendlich eine große, er sagte, Big Fat Lie ist, eine große Lüge ist. Wie ich auch glaube, was uns jetzt noch deutlicher zeigt oder mir bewusst geworden ist, dass diese Dinge, obwohl ich jetzt auch schon seit Monaten das jetzt beobachte, aber jetzt in gerade ein paar letzten Tagen, ist mir nochmal sehr deutlich vor Augen geführt worden, dass diese Dinge, die derzeit dort geschehen in der Welt, wie stark die eigentlich verknüpft sind mit dem Mahlzeichen des Tieres. Und wir haben ja manchmal bei uns auch gerade in der Gemeinde dieses Denken, okay, das ist jetzt etwas, was in der Welt geschieht und das wird irgendwie wieder vorbeigehen. Und wir machen dann quasi so, it's business as usual, ja, wir machen einfach so weiter. Status Quo geht irgendwo durch und dann, wir wissen, irgendwann kommen dann die Endzeitereignisse und wir, Christus wird uns halt da durchbringen. Und die Hoffnung haben wir ja auch natürlich, dass Christus uns da durchbringen wird. Aber ich möchte heute einfach in dieser Präsentation zeigen, denn wirklich den Beweis dafür liefern, dass das, was im Moment in der Welt geschieht mit Corona, Maskentragen und Impfungen, wie stark das wirklich mit dem Mahlzeichen des Tieres verbunden ist. Und ich werde jetzt nicht in dieser Präsentation eigentlich über Corona und Impfungen in dem Sinne jetzt sprechen, da jetzt inhaltlich drauf eingehen. Aber ich werde ein paar Dinge trotzdem dazu sagen, auch jetzt in der Einleitung. Und möchte nebenbei übrigens auch zeigen, für diejenigen, die vielleicht Zweifel haben am Geist der Weissagung, wir werden einige Zitate nachlesen, die vor über 100 Jahren geschrieben wurden, wo wir sehen können, wie brandaktuell Ellen White geschrieben hat über unsere heutige Situation. Das ist wirklich erstaunlich. Und ich denke, aufgrund dessen, was dort geschieht, dass wir diese Dinge ansprechen sollten, um auch diese Lügen einfach zu offenbaren. Denn ich glaube nicht, dass wir da einfach dran, nicht, dass das jetzt unser Dauerthema sein sollte, aber ich glaube nicht, dass wir da einfach dran vorbeigehen können, weil sich einfach so viele Menschen damit beschäftigen. Und wir sehen werden, wie eng diese Sachen halt miteinander verbunden sind. Und deshalb müssen wir diese Sachen einfach thematisieren. Denn Menschen sind nicht einfach nur von diesen Lügen infiziert, sondern letztendlich natürlich von der Sünde. Und deshalb glaube ich persönlich, das ist meine Überzeugung, dass Impfungen nicht einfach nur eine Gefahr oder eine Bedrohung gegenüber unserer Gesundheitsbotschaft steht, wie Gott sie uns gegeben hat und wahren medizinischer Missionsarbeit, sondern dass das ganze Thema mit den Impfungen letztendlich auch ein Thema ist, was eine Täuschung gegenüber dem System ist, wie Gott es uns hineingesetzt hat, nämlich unser Immunsystem. Nun, wie gesagt, ich werde jetzt kein inhaltliches Thema heute jetzt darüber machen, wäre mal wichtig, auch noch zu tun. Aber wir sehen einfach diesen Counterpart, ja, wie Gott uns ein Immunsystem gegeben hat und uns jetzt letztendlich gesagt wird, denn ich glaube, das System hat auch sehr viel mit Gerechtigkeit aus Glauben zu tun, und dass das nicht einfach so ein Nebenthema ist, sondern Gott uns eigentlich Bedingungen gegeben hat, dass wenn wir diese Bedingungen erfüllen, er uns versprochen hat, dass er uns gesund hält. Und diese Verheißung haben wir am Wort Gottes. Und Gott hat uns geschaffen, und er ist der Gesetzgeber, er ist auch derjenige, der die Gesetze in unserem Körper mit hineingegeben hat. Und auf der anderen Seite möchten wir gerne die schnelle Lösung haben, so wie das ja auch bei Medikamenten halt auch ist, und erwarten dann quasi die schnelle Lösung, aber wollen nicht eigentlich die Bedingung letztendlich treffen, wie Gott sie gegeben hat. Und wenn die Bibel, wenn wir so etwas machen, spricht die Bibel davon, dass es letztendlich Anmaßung ist, und dass es nicht Glaube ist. Deshalb ist diese ganze Thematik mit eingebunden in die Frage auch der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Ich möchte ein Zitat mal gerade dazu lesen von Ellen White und komme dann gleich auf aktuelle Ereignisse. Sie sagt, Das Wort Gottes in seinem Gesetz ist für jeden intelligenten Verstand bindend. Die Wahrheit für diese Zeit, die dritte Engelsbotschaft, soll mit lauter Stimme, das heißt mit zunehmender Kraft, verkündet werden. Wenn wir uns der großen Endprüfung nähern, und ich glaube, dass wir voll darauf hinfahren derzeit, diese Prüfung muss für die Gemeinde in Verbindung mit dem wahren medizinischen Motionswerk kommen, einem Werk, das den großen Arzt hat, der in allem, was er umfasst, diktiert und vorsteht. Bevor wir weiterlesen, also wir sehen ja hier, wie, wenn wir uns das Zitat anschauen, das ist eine Verbindung, die wir nicht einfach trennen dürfen. Es ist ganz klar uns aufgezeigt, dass diese letzte Prüfung verbunden ist mit der medizinischen Missionsarbeit, mit der wahren medizinischen Missionsarbeit. Wir lesen weiter in dem Zitat, Unter dem großen Haupt sollen wir Gottes Wort präsentieren, das Gehorsam gegenüber dem System der biblischen Wahrheit verlangt, das ein System der Autorität und Macht ist, das das Gewissen überführt und bekehrt. Die Forderung des Wortes zum Gehorsam ist eine Frage von Leben und Tod. Also die Frage, wie sie auch hier schreibt, ein System der Autorität und der Macht. Und wir werden gleich sehen, welchem System Gottes Volk dem gegenübersteht. Dass ein anderes System von Macht und Autorität jetzt Forderungen stellt, wo wir sehr bald von betroffen werden. Genau, wo wir sehr bald von betroffen werden. Ich möchte einen Artikel mit euch lesen. Der ist jetzt gerade in die Presse gekommen. Der ist von der Live-Site. Und das heißt es, sind sie bereit, ihre privaten medizinischen Informationen dem Metzger, dem Bäcker und den Platzanweisern in ihrer Kirche zu teilen? Laut der New York Times, also Live-Site berichtet jetzt über einen Artikel, den sie geschrieben haben, die New York Times, hat der Staat Oregon Unternehmen, Arbeitsstätten und Gotteshäuser angewiesen, sicherzustellen, dass jeder, der ohne Maske ins Haus kommt, geimpft wurde. Maskenlose Personen, die eintreten wollen, müssen einen Impfnachweis oder ein Foto eines solchen Ausweises vorlegen. Die New York Times schreibt, dass das Mandat eines der ersten seiner Art im Land ist und dass es Bedenken hervorgerufen hat, dass das Verfahren zur Überprüfung der Impfungen für die Arbeitnehmer zu umständlich sein könnte. Das heißt also, wir werden, hier wird gesagt, in der Stadt Oregon wird es letztendlich danach gefragt, auch in den Gotteshäusern, dass du dein Papier, deinen Impfnachweis zeigen musst, bevor du quasi in die Gemeinde jetzt kommst. Ihr stellt euch das mal vor, ihr kommt jetzt in eure Ortsgemeinde und da steht der, im Englischen sag mal, der Ascher, also derjenige, der vielleicht den Platz anweist, ja, und der fragt euch jetzt am Sabbatmorgen nach euren Impfausweis. Das ist das Erste, nachdem du jetzt vielleicht gerade begrüßt wurdest, zeig mir deine Papiere. Können wir sehen, dass wir in den letzten Tagen leben, wenn wir das lesen? Stellt euch diesen Tag vor, was jetzt in Oregon ist, was sehr bald vielleicht auch zu uns Realität einfach werden wird. Und das Interessante ist, ich denke, dass es darüber, seid ihr informiert, dass das Ganze ja auch schon in Zypern stattfindet im Moment. Es ist in dem Artikel mit der Überschrift Coronavirus, Kabinett führt Corona-Pass ein, nachdem Abriegelung endet. Keine SMS mehr. Das Kabinett hat am Mittwochabend beschlossen, die meisten geschlossenen Geschäfte wieder zu öffnen und einen sogenannten Corona-Pass einzuführen, mit den Menschen am Montag in Gaststätten, Kirchen, Fitnessstudios, Geschäfte und andere Orte eingelassen werden, während eine nächtliche Ausgangssperre gilt. Also, das passiert überall. Das ist nicht nur in Amerika. Wir sehen, wie das in Europa auch stattfindet, schon ganz real. Und wir haben auch schon gesehen, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen in der Präsentation über den Cyber-Lockdown darüber auch gesprochen, wie das in unseren Gemeinden auch mittlerweile passiert. Wie wir auch schon teilweise in einzelnen Gemeinden jetzt übergegangen sind, aufgrund auch dieses Infektionsschutzgesetzes, was wir in Deutschland jetzt haben, dass danach gefragt wird, dass du jetzt nicht mehr in unsere Gemeinden hineinkommst, es sei denn, du kannst die Impfung letztendlich nachweisen. Und was wir sehen, das Prinzip, was hier stattfindet, ist es eher, dass die Gesundheit letztendlich eingeschränkt wird. Dann sehen wir, wie die Wirtschaft eingeschränkt wird. Und das Nächste, was wir sehen, ist, dass Religion eingeschränkt wird. Das ist genau das, was wir seit vielen, vielen Jahren verkündigen. Und ich glaube, was wir hier im Moment sehen mit den Prinzipien der aktuellen Zeitgeschehnisse, was hier derzeit passiert. Und wir sehr, sehr, sehr nah vor der Wiederkunft stehen. In dem gleichen Artikel heißt es, einige Staaten, die ihre Maskenpflicht gelockert haben, verlassen sich auf ein Ehrensystem. Honor System schreibt es im Englischen. Offenbar im Vertrauen darauf, dass diejenigen, die es wagen, ihr Gesicht in geschlossenen Räumen zu zeigen, geimpft wurden. Ehemalige Planned Parenthood CEO Dr. Liana Nguyen gab dem neuen Papiere-Bitte-Mandat ihre Zustimmung in einem aktuellen Tweet. Dann schreibt sie, vollständig geimpfte Personen in Oregon müssen ihre Impfstatus nachweisen, um Geschäfte und andere Einrichtungen ohne Maske betreten zu können. Es ist interessant, wenn wir über Planned Parenthood jetzt reden. Ich hatte auch mal einen Vortrag darüber gemacht. wie Planned Parenthood eigentlich entstanden ist. Und dass das ganze System dahinter letztendlich nichts anderes ist wie ein Euthanasie-Programm, was gegründet wurde von dem Vater von Bill Gates. Und es ist interessant zu sehen, wo Bill Gates, wissen es alle, womit er beschäftigt ist. Und was sie letztendlich aber fragen ist, wenn wir es in dem Artikel hier lesen, wo einige sagen, sie verlassen sich dann quasi auf ein Ehrensystem, auf ein Honor-System, also dass dann einfach darauf vertraut wird, dass einer vernünftig dann damit umgeht. Aber wonach jetzt gefragt wird, ist letztendlich ein äußeres Zeichen. Dass wenn du jetzt in die Gemeinde kommst oder ein Restaurant und so weiter kommst, du brauchst ein äußeres Zeichen, um jetzt zu zeigen, dass du halt Zugang bekommen kannst. Und die Ehre, die letztendlich hier gegeben wird, ist nichts anderes. Es ist nicht, dass Gott hier die Ehre gegeben wird, sondern dem Staat soll die Ehre gegeben werden. Und Ehren bedeutet ja nichts anderes, wenn man es übersetzt ins Deutsche, einfach wie zu dienen. Wem diene ich? Wem unterwerfe ich mich? Und schaut mal, Nancy Pelosi, die diese Sprecherin ist vom US-Repräsentantenhaus, genau, die heißt es in der Überschrift, Pelosi schlägt ungeimpften Gesetzgeber, sagt, sie muss sicherstellen, dass der House Floor, also quasi in den Regierungsgebäuden, keine Petrischale für Covid ist. Und dann mehr G.U.P.O. Republicans wurden mit 500 Dollar für die Verletzung der Maskenpolitik bestraft. Das hat einfach den Hintergrund, dass es einige gab, von der CDC gesagt hat, dass da jetzt nicht mehr mit Maske hineingegangen werden muss, aber Nancy Pelosi hat gesagt, doch, sie fordert das weiterhin, die Politiker alle mit der Maske dort in das Repräsentantenhaus oder ins Senat halt hineinkommen. Wir lesen mal in dem Artikel weiter. Sie sagt, dort heißt es dann, Maskenrebellion im Repräsentantenhaus, nachdem Pelosi trotz CDC-Anleitung Gesichtsbedeckungen fordert. House Speaker, die Haussprecherin Nancy Pelosi, rief Mitglieder des Kongresses, die egoistisch verweigert haben, geimpft zu werden, und sagte, Coronavirus-Maske-Mandate bleiben an Ort und Stelle, bis die Antischuss, also die Impfung, Widerspenstigen aufgeschreckt werden. Also sie sagt, bevor wir weiterlesen, sie sagt, die Menschen, die das nicht tun, dass sie egoistisch sind, wenn sie nicht jetzt diesem Prinzip folgen. Und wir sehen ja schon, wo der Trend jetzt hingeht, in welche Richtung ein Mensch jetzt gestellt wird. Nicht nur, dass die einzigen Politiker hier die 500 Dollar Strafe bekommen, ich meine, das können die meisten von denen wahrscheinlich locker bezahlen, aber wir werden sicherlich sehen, wie diese Strafen auch angezogen werden, dass die höher werden. Und sie spricht ja auch davon, wir werden den Artikel nochmal anschauen, wo sie sagt, dass diejenigen, die sich halt nicht impfen lassen, egoistisch handeln, also wie man dann in eine Ecke gestellt wird, dass diese Leute widerspenstig sind. Nun, was machst du aber, wenn du halt einfach eine andere Überzeugung hast zu diesem Thema? Weil wenn sich jemand impfen lassen will, das kann er ja machen, aber einen Menschen deshalb zu bestrafen und ihn als egoistisch zu bezeichnen und direkt in diese Schublade zu stecken und man selber ja gar keinen Raum mehr hat, wir sind ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo du überhaupt gar nichts mehr irgendwie sagen darfst. Wenn du nicht politisch korrekt bist, wirst du direkt in die Schublade hineingesteckt. Dann lesen wir weiter in dem Artikel, sie sagt, sie sind egoistisch und eine Gefahr für andere Menschen, einschließlich der Mitarbeiter hier. Sagte Pelosi am Donnerstag über ihre Kollegen, die nicht geimpft worden sind. Also sie stellen eine Gefahr da, sagt sie. Wir haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das Repräsentantenhaus keine Petrischale ist, fügte sie während ihrer wöchentlichen Pressekonferenz im Kapitol hinzu. Nun, kann es sein, dass diese Dinge mit dem Sonntagsgesetz verbunden sind? Die Prinzipien, die wir hier sehen? Oder ist das etwas, was getrennt davon ist? Ich glaube persönlich, dass wir diesen Trend sehen, dass ein Trend hier stattfindet, ganz klar und deutlich, in welche Richtung das geht, wenn sie davon spricht, dass du gefährlich bist, wenn du eben nicht mit dem Mainstream mitgehst. Das ist ja genau das, was Offenbarung 12, Vers 17 am Ende sagt. Das ist das Prinzip, was die Bibel uns zeigt. Dass wenn wir nicht mit der Masse mitgehen, sondern uns an Gott und seine Gesetze halten, dass wir gefährlich sind. So haben auch die Israeliten, die Juden, haben auch argumentiert, dass wenn wir Jesus nicht töten, wenn wir diese eine Person nicht töten, ist die ganze Nation letztendlich unter Gefahr. Und es ist traurig, daher zu sehen, dass es ein eigenes Reines Geschwister gibt, die dann sagen, dass wenn du eben nicht geimpft bist, dass du deine Nächsten nicht liebst. Und letztendlich, wenn du das ablehnst, wenn du deine Nächsten nicht liebst, sagt die Bibel, hast du eigentlich auch keine Liebe zu Gott. Das ist das, was gesagt wird. Also ein äußeres Zeichen muss her. Lesen wir im Geist der Weissagung. Diejenigen, sagt sie, schaut mal, als sie das geschrieben hat in dem Buch Der große Kampf vom Schatten zum Licht, 1888, diejenigen, die den biblischen Sabbat ehren, das hier zeigt sie, wohin das geht, dieser Trend, werden als Feinde von Recht und Ordnung angeprangert werden, die die moralischen Schranken der Gesellschaft, hört mal genau auf die Worte hin, und vergleiche jetzt mal nur mit dem, was wir bis jetzt gehört haben, die die moralischen Schranken der Gesellschaft aufbrechen, passiert das nicht gerade? Anarchie und Korruption verursachen und die Gerichte Gottes auf die Erde herabrufen. An dem Punkt sind wir noch nicht ganz. Es gab vor einigen Jahren schon mal Artikel, hatte ich auch schon mal gezeigt, Zeit, wo Leute gesagt haben, weil wir den Sonntag nicht ehren, weil wir dies und das nicht tun, letztendlich die Gerichte Gottes auf uns herabkommen. Wir sind auch nicht ganz an dem Punkt, aber wir sehen, dass hier wird ja auch aufgebaut in dem Zitat, wenn wir lesen, dass die moralischen Schranken der Gesellschaft aufgebrochen werden. Und wenn diese moralischen Schranken aufgebrochen werden, muss es ein Zeichen, ein äußeres Zeichen dafür geben, dass wir das ändern. Wir lesen weiter. Ihre Gewissenskrupel werden als Eigensinn, Starköpfigkeit und Verachtung der Autorität bezeichnet werden. 1888 geschrieben. Ich lese das nochmal, diesen Satz. Ihre Gewissenskrupel werden als Eigensinn, als Starköpfigkeit und Verachtung der Autorität bezeichnet. Das ist exakt, was wir gerade eben gelesen haben bei Nancy Pelosi. Wir werden gleich noch ein paar andere Sachen lesen. Man wird sie der Unzufriedenheit mit der Regierung beschuldigen. Wisst ihr, wir denken ja manchmal so, bevor wir weiterlesen, man denkt ja manchmal so, okay, das ist jetzt erst, natürlich bezieht sie sich auf das Mahlzeichen des Tieres, die Frage der Anbetung, Sabbat, Sonntag. Aber es muss ja Prinzipien geben, die dahin führen. Es ist ja nicht so, dass das Mahlzeichen des Tieres auf einmal von heute auf morgen zack da ist und umgesetzt ist. Das muss ja die Gesellschaft, die Welt muss ja darauf hingeführt werden, dass sie dem Tier wirklich nachfolgt. Dann heißt es weiter in einem Zitat, Geistliche, die die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes leugnen, werden von der Kanzel aus die Pflicht zum Gehorsam gegenüber den von Gott verordneten zivilen Behörden vortragen. Mal gerade einen Satz dazu. Bei uns in der Gemeinde würde wahrscheinlich niemand sagen, dass wir die Gesetze verwerfen, wie das in anderen christlichen Gemeinden geschieht. Aber kann es nicht sein, dass jemand, obwohl er es ausspricht, dass wir die Gesetze hochhalten, aber durch sein Leben zeigt, dass er die Gesetze eben bricht, auch unter diese Kategorie zählt, dass sie auch von der Kanzel letztendlich einen gehorsamen staatlichen Mächten zuweist, wo Gott eigentlich in Autorität sein müsste und nicht mehr der Staat. Wir lesen zu Ende das Zitat. In den Parlamenten und Gerichten werden die Gebotshüter falsch dargestellt und verurteilt werden. Man wird ihren Worten eine falsche Färbung geben und wird ihren Motiven die schlimmste Bedeutung beimessen. Nun, ich mag gerade kurz nochmal dieses Beispiel von Corona zu nehmen. Ich war jetzt auch mehrmals schon auf Demonstrationen gewesen. Und dass den Leuten dort angehangen wird, dass sie Rechtsradikal seien oder sowas. Mein Lieben, geht mal auf eine Demo. Schaut mal, ob da Rechtsradikale wirklich sind. So letzte Woche in Amsterdam waren und da 4.000, 5.000 Leute waren. Ich habe da keine Rechtsradikalen gesehen. Ich habe ein paar Leute gesehen, die waren ein bisschen hippiemäßig drauf, esoterisch drauf. Aber fast alle durchweg die Bank einfach freundlich und gut drauf und offen vor allen Dingen. Aber dieses Prinzip, was sie hier schreibt, ist etwas, was wir auch in unseren Gemeinden leider sehen, was auch kommt, eingeführt wird, dass letztendlich Cäsar die Ehre gegeben werden soll. Nun, ich möchte euch jetzt an diesem Punkt noch weiterführen. Ich möchte euch jetzt eine Bewegung zeigen, die jetzt eingeführt wird, um letztendlich Moral einzuführen. Wir haben eben gelesen in dem Zitat von Ellen White und auch in der Aussage von Nancy Pelosi, es geht ja letztendlich um eine moralische Frage, nicht auf meine Nächsten letztendlich zu achten. Schauen wir mal, wie dieses moralische Prinzip jetzt, womit das eingeführt werden soll und jetzt kommen sehr deutliche Worte. Ich möchte euch diesen Mann vorstellen, diesen Herrn. Sein Name ist, wenn ich ihn richtig ausspreche, Sorab Amari und das ist ein Iraner, der zum Katholizismus konvertiert ist und er hat ein Buch geschrieben, wir sehen das unten rechts, wir sehen es gleich noch ein bisschen größer in den nächsten Folien und zwar das zweite Buch, The Unbroken Threat und es ist interessant, er ist Autor, heißt es hier in dem Artikel, oder Redakteur, nicht nur für die New York Post, sondern auch für The Catholic Herald und dieser Mann hat einen Artikel geschrieben und zwar im Wall Street Journal und ihr könnt euch ja mal überlegen, wie viele Leute lesen das Wall Street Journal. Es sind, ich weiß nicht, die genauen Zahlen, aber es sind Hunderttausende wahrscheinlich, sogar Millionen, die nicht nur in Amerika, sondern auch außerhalb von Amerika diese sehr bekannte Zeitschrift lesen und wir lesen in dem Artikel, dort heißt es, was wir mit der Ablehnung in der Überschrift, was wir mit der Ablehnung des Sabbats verloren haben. Einen Tag in der Woche für Ruhe und Gebet freizugeben, war einmal eine amerikanische Tradition. In einem Zeitalter der ständigen Aktivität brauchen wir das mehr denn je. Dann in dem Artikel heißt es, in früheren Zeiten disziplinierte eine robuste protestantische Tradition den kommerziellen Antrieb Amerikas Sabbatarismus oder den Sabbat halten. Und zwar die Vorstellung, dass das Gesetz den Sonntag als Tag der Ruhe und des Gottesdienstes aufrechterhalten muss, wurde im kolonialen Amerika als selbstverständlich angesehen. Führende amerikanische Staatsmänner und Geistliche in der Zeit nach der Revolution bezeichneten die Einhaltung des Sabbats, also des Sonntags, nicht des siebenten Sabbats, als ein wesentliches Bollwerk, hört mal auf diese Worte, ein wesentliches Bollwerk gegen was? Gegen die Verderbtheit, also die Moral ist weg, die die französische Revolution geprägt hatte. Jetzt könnte man auch noch in diese Thematik reingehen, das mache ich jetzt heute nicht wegen der französischen Revolution, um dort die Parallelen zu ziehen, aber es ist eine interessante Aussage, die die Einhaltung des Sabbats als ein wesentliches Bollwerk, und damit ist wie gesagt nicht der siebente Tag Sabbat gemeint, wie die Bibel ihn kennt, gewöhnlich genannt Samstag, sondern natürlich ist der Sonntag hiermit gemeint, wie es auch sagt in dem Artikel, ein Bollwerk, bleibt der Sonntag ein Bollwerk gegen die Verderbtheit oder gegen die Moral. Ist das nicht das, was wir auch gerade eben bei Ellen White gelesen haben? Also was passiert hier? Der Sonntag nimmt den Platz für sogenannte gute Gründe, die angegeben werden, für den siebten Tag Sabbat, das Siegel Gottes, wie wir es in der Bibel kennen, Jesaja 8, Vers 16 spricht davon, dass der Sabbat das Gesetz Gottes zusammenhält, dass es bindet und ein Zeichen wahrer Hingabe ist, in dem Artikel heißt es dann weiter, im gesamten Westen hat jedoch heute das Streben nach maximaler Marktfreiheit die Freiheit des Sabbats verdrängt. Wir haben ihn deshalb übrigens, bevor wir weiterlesen, das ist übrigens der Grund, wenn einige von euch meiner anderen Präsentationen mal gefolgt sind oder andere Präsentationen gesehen haben, haben wir ja gesehen, wie das Papsttum, warum das so stark an der Wirtschaft interessiert ist, die Wirtschaft neu zu ordnen. Wir sehen erst, in dem Artikel heißt es hier, im gesamten Westen hat jedoch heute das Streben nach maximaler Marktfreiheit die Freiheit des Sabbats verdrängt. Das heißt, es wird erst eine maximale Freiheit gegeben und jetzt muss das Ganze quasi letztendlich wieder geordnet werden. Weil der Sabbat spielt jetzt eine Rolle. Wir lesen es weiter. Wir haben wir haben den Sabbat im Namen der Wahlfreiheit verbannt. Was heißt das mit eigenen Worten? Wir haben ihn den Sabbat im Namen der Wahlfreiheit verbannt. Was heißt das? In anderen Worten, dadurch, dass du wählen durftest, ist der Sabbat in dem Fall der Sonntag verschoben worden. Das heißt also, die Wahlfreiheit, was er eigentlich impliziert mit dieser Aussage ist, die Wahlfreiheit muss dir wieder weggenommen werden. Der Sabbat, also der Sonntag, der falsche Sabbat muss eingeführt werden. Könnt ihr das sehen, dass er das sagt mit dieser Aussage? Wir haben ihn, den Sabbat, im Namen der Wahlfreiheit verbannt. Das heißt also, ein Gesetz oder ein Tag vielmehr muss im Gesetz eingeschrieben und eingemeißelt werden. Natürlich der Sonntag, die Frage, wem ich letztendlich Autorität gebe und die Frage des Mahlzeichen des Tieres. Wenn Menschen hingehen werden und dass menschliche Gesetze dazu führen, dass du Gottes Gesetz brechen musst, dass das Siegel gebrochen werden muss, der siebte Tagsabbat. Nun, the Religious Freedom and Business Foundation, die haben auch über diesen Artikel geschrieben und die drücken das mit folgenden Worten aus. Das Wall Street Journal ist nicht der Ort, an dem man einen Essay mit dem Titel Was wir durch die Ablehnung des Sabbats verloren haben, erwarten würde. Aber genau das steht in der heutigen Wochenendausgabe. Es ist sogar auf der Titelseite der Printausgabe hervorgehoben. In dem Essay blickt Sorab Amari in der US-Geschichte zurück auf eine Zeit, in der das Abhalten eines Tages in der Woche für Ruhe und Gebet nicht nur eine amerikanische Tradition war, sondern eine, die mit der Kraft des Gesetzes untermauert war. Der starke Arm des Staates. Das Gesetz hatte den Sonntag untermauert und eingeführt. Schauen wir, was Ellen weiter zu schreibt. Wiederum in dem Buch Der große Kampf von 1888. Doch gerade diese Klasse stellt die Behauptung auf, dass sie sich schnell ausbreitende Korruption, moralischer Abfall, größtenteils auf die Entweihung des sogenannten christlichen Sabbats zurückzuführen. Jetzt ist das nicht genau das, was wir gerade eben hier in den Artikeln gelesen haben. Es ist exakt, was sie schreibt. Und dass die Durchsetzung der Einhaltung des Sonntags die Moral der Gesellschaft stark verbessern würde. Als ob Mr. Amari in diesem Buch gelesen hat und hat es abgeschrieben. Es sind exakt die gleichen Worte. Diese Behauptung wird besonders wo aufgestellt? In Amerika vertreten. Haben wir natürlich auch in Europa, European Sunday Alliance. Aber gerade besonders in Amerika sagt sie, wo die Lehre vom wahren Sabbat am meisten gepredigt wird. Wir lesen unten, die Führer der Sonntagsbewegung mögen für Reformen eintreten, die das Volk braucht. Für Prinzipien, die mit der Bibel übereinstimmen. Doch solange es bei diesen eine Forderung gibt, die dem Gesetz Gottes widerspricht, können sich seine Diener nicht mit ihnen vereinen. Nichts kann sie rechtfertigen, wenn sie die Gebote Gottes für die Vorschriften der Menschen beiseite legen. Nun, The Desert News, die haben ein Interview dann geführt mit Mr. Amari und die haben ihm ein paar Fragen gestellt. Und schaut mal, wie konkret der Mann jetzt wird. Ja, Iraner, der zum Katholizismus bekehrt hat. Redakteur von The New York Post und auch von The Catholic Herald. Das stellt ein Paradox dar, schreibt er. Wird durch die Aufhebung der bürgerlichen Gesetze, die den Sabbat regeln, schaut mal die Verbindung hier, das bürgerliche Gesetz soll den Sabbat regeln, nicht zum Beispiel der Sonntagsarbeiter an seiner Arbeit gekettet? Das heißt also, Mr. Amani, wir lesen noch gerade kurz unten weiter, sagt er, die Argumente werden noch eindringlicher, wenn man Amaris faszinierende Perspektive betrachtet, ein ehemaliger iranisch-amerikanischer römisch-katholischer Konvertit, der für seinen Sohn Max schreibt, von dem er sich wünscht, dass er in einer Gesellschaft aufwächst, die Tugend, Moral und Traditionen schätzt. Nun, ich bin kein Vater, aber ich würde mir auch gerne wünschen, wenn ich einen Sohn hätte, dass der auch aufwächst in einer Gesellschaft, die Tugend, Moral und Tradition hat. Aber wenn ich jetzt als Vater sage, dass mein Kind, wo ich es ihm wünsche, dass er nach der Bibel Gott kennenlernt und nach Gottes Tugend und Moral und Tradition lebt, warum darf Mr. Amani das jetzt anstellen und sagen, dass seine religiöse Überzeugung ins Gesetz gebracht werden soll und nicht vielleicht meine Überzeugung? Und ich würde das nie ins Gesetz bringen, wenn jeder die Freiheit haben sollte. Aber wir sehen, wo der Trend hingeht. Dann stellen sie ihm die Frage, The Desert News, stellt Amari die Frage, hat die Regierung eine Rolle, um, wie ich es ausdrücken würde, Moral zu erlassen? Also Gesetze zu bringen, damit wir uns moralisch korrekt verhalten und Lösungen schaffen. Amari sagt, die Regierung erlässt Gesetze zur Moral, egal welche. Es gibt keine Regierung, die nicht auf die eine oder andere Weise eine gewisse Moral vorschreibt. Die Frage ist, welche Moral ist es? Ist es eine wahre Moral? Ist es eine bewährte? Indem die Regierung es ablehnt, Moral zu erlassen, erlässt sie dennoch Moral. Durch die Lizenz, die man einem Volk erteilt, signalisiert man, was in Ordnung ist. Also wer wird jetzt der Standard? Nicht mehr du selber, nach deinem Gewissen, was die Bibel dir sagt, sondern der Standard wird jetzt wer? Der Staat. Der Staat sagt dir jetzt, was moralisch in Ordnung ist. Und es ist interessant, vor einigen Tagen, ich hatte diesen Bericht gemacht über Cyber-Lockdown, John Kerry, der jetzt vor einigen Tagen in Europa war, dort eine Tour gemacht und unterwegs war, auch im Vatikan, dort ein Treffen hatte, ich zeige jetzt nicht das ganze Video, aber vielleicht erinnert ihr euch noch daran, oder für die, die es noch nicht gesehen haben, John Kerry auf die Fragen des Reporters sagte, und ich denke, der Heilige Vater spricht mit einer moralischen Autorität, die einzigartig ist. Der Heilige Vater ist einer der mächtigsten Stimmen auf dem Planeten, wenn nicht sogar die mächtigste. Dann sagt er auch noch, seine Stimme ist wichtiger denn je. Seine moralische Stimme ist wichtiger denn je. Es gibt wohl keine andere Stimme, die wichtiger ist, in Fragen der Moralität zu sprechen als der Papst. Also wenn Amerika das voranbringt, das ist ja auch das, was Offenbarung Kapitel 13 uns sagt, die in den Versen 12 bis 14, wenn sie die Macht oder vor dem ersten Tier alles tun, dann bedeutet das ja letztendlich nichts anderes, wie wir das sehen, dass wer letztendlich hier am Schalter ist, wer letztendlich hier regiert und welche Moral, wenn wir noch mal kurz auf den Artikel ja schauen, da sagt Amari, die Frage ist, welche Moral es ist. Es ist eine wahre Moral, ist es eine wahre Moral, ist es eine bewährte? Nun, ist die katholische Moral bewährt, ist die Tradition, die ist Tradition, oder? Gibt einen gemeinsamen Nenner. Wir lesen dann weiter im Desert News. die Idee war nicht nur, dass die Gesellschaft besser geordnet ist, wenn sie einen Tag zur Ehrung Gottes beiseite legt, nach dem Vorbild der göttlichen Ruhe, nach dem Vorbild der göttlichen Feier der Schöpfung. Vergessen nicht, wir sprechen hier im Kontext, er spricht im Kontext vom Sonntag. Und dass es für die Menschen von einem spirituellen Standpunkt aus gut ist, einen Tag mit der Bibel zu verbringen, mit der Schrift, mit Kontemplation, mit den Dingen Gottes. Es ist auch, dass es einen Nutzen für das weltliche Gemeinwohl hat. Wir werden gleich noch ein Zitat von Ellen weiterzulesen. Das weltliche Gemeinwohl. Wir wissen, dass der Papst sehr stark immer wieder vom Kommen gut, vom Gemeinwohl spricht, für alle eine Lösung zu finden. Und natürlich ein Text, oder ich frage euch mal, welcher Text kommt euch in den Kopf, wenn er davon spricht hier, dass wir einen Tag zur Ehrung Gottes beiseite legen müssen. Vielleicht kommen euch viele Texte in den Kopf. Aber einer, der uns direkt in den Kopf schießen sollte. Welcher Text ist das? Offenbarung Kapitel 14 Vers 7, oder? Gott die Ehre zu geben. Aber mir ist noch was anderes in den Kopf gekommen, was der Geist der Weissagung darüber schreibt. Wiederum aus dem Buch Der große Kampf. Vom Schatten zum Licht. Wenn die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten, die sich in den Punkten der Lehre einig sind, die sie gemeinsam vertreten, den Staat beeinflussen, um ihre Dekrete durchzusetzen, vergesst nicht, John Careys Worte, der Papst ist die höchste moralische Stimme in der Welt, und ihre Institutionen aufrecht zu erhalten, dann wird das protestantische Amerika ein Abbild der römischen Hierarchie gebildet haben und die Verhängung von Zivilstrafen gegen wen? Gegen einfach Andersdenkende. Wenn du einfach Andersdenkst, das wird unweigerlich die Folge sein. Und was wird dieser gemeinsame Nenner sein? Wo können sich alle die protestantischen Kirchen wiederfinden? Eine Sache haben sie alle gemeinsam, oder? Die Sonntagsanbetung. Das ist ganz simpel. Uns wurde gesagt, dass dies die Befreiung bringen würde. Und Amari sagt, jetzt habt ihr die Wahl, ihr müsst am Sonntag nichts mehr tun, ihr könnt arbeiten, ihr könnt einkaufen, ihr könnt euch im Einkaufszentrum treffen, und dann sehen wir diese Paradoxen der falschen Befreiung, die ich in meinem ganzen Buch hervorhebe, dass ich die Befreiung nicht als die herausstellte, was versprochen wurde. Also er sagt letztendlich, so wie das umgesetzt wurde, ist nicht so, wie es eigentlich versprochen wurde, und man musste den Sonntag klar per Gesetz anziehen. Und diese Frage kommt jetzt auch letztendlich in diesem Artikel. Sie fragen ihn, würden sie die Wiederherstellung der Sabbatgesetze, also der Sonntage, unterstützen? Und im weiteren Sinne öffentlichen Aktivismus in Richtung einer solchen Politik? Seine Antwort, im Englischen sagt er, Ich weiß jetzt nicht, wie man es am besten übersetzen würde. Ich habe es geschrieben, das ist meine Sache. Darum geht es mir. Mann, auf jeden Fall. Darum geht es ihm. Das ist das, was die Bibel und der Geist der Weiss sagen, uns ankündigen, was kommen wird. Staat und Kirche wird sich vereinen. Es waren zwei Institutionen, nämlich Staat und Kirche, die auch damals Jesus töteten. Nun, was bedeutet das alles? Wir sehen, dass sich Offenbarung Kapitel 13 immer mehr erfüllt und wir immer mehr zu dem Punkt kommen, wo das zweite Tier sprechen wird, wie ein Drache, wie die Gesetzeslage Amerikas sich immer mehr fokussiert, nicht einfach nur auf den Gesundheitsaspekt und Wirtschaftsaspekt, was derzeit natürlich stattfindet, aber immer mehr in Richtung gesprochen wird, auf diejenigen, die anders denkend sind und die moralisch fehlen, indem sie nicht mit der Masse mit gehen. Ich möchte jetzt noch einige Zitate mit euch abschließend lesen, wiederum aus dem Geist der Weissagung, aus den Zeugnissen Jesu und noch mal daran erinnert habe, für diejenigen auch, die diese Präsentation einmal sehen werden, schaut mal, was Ellen White vor über 100 Jahren geschrieben hat, zu diesen Ereignissen, mit prophetischer Sicht. Sie sagt, der Protest, ich Text von der Reformationszeit, der Protest lehnte das Recht der zivilen Herrscher ab, in Angelegenheiten zwischen der Seele und Gottes Gesetze und Gott Gesetze zu erlassen und erklärte mit den Propheten und Aposteln, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir lesen unten weiter, der Protest von Speyer war ein feierliches Zeugnis gegen religiöse Intoleranz, es ging nicht einfach nur, das war mit Inhalt, gegen religiöse Intoleranz und eine Behauptung des Rechts aller Menschen, Gott nach dem Diktat ihres eigenen Gewissens zu verehren. Und uns soll jetzt vorgegeben werden durch den Staat, wem wir zu ehren haben. Zeig deinen Pass. Wem gibst du die Ehre? Aber die Bibel sagt das ganz deutlich, dass unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Erziehung, unsere Familie, Gott unterstellt sein sollte. Und dass hier einfach Schluss ist für den Staat. Dass der Staat uns nicht, obwohl er eingesetzt ist als Dienerin, aber an diesen Punkten, wenn es um unsere Gesundheit, unseren Körper geht, unsere Erziehung, unsere Familien, wenn mein Gewissen hier angesprochen wird, ist hier einfach Schluss. Es gehört Gott. Dann schrieb sie, im fünften Band der Zeugnisse, wenn das Papsttum oder seine Prinzipien wieder an die Macht kommen, und wir sehen, dass diese Prinzipien offen diskutiert werden, werden die Feuer der Verfolgung gegen diejenigen neu entfacht werden, die ihr Gewissen, ist ja alles hier eine Gewissensfrage, und die Wahrheit nicht dem was Opfern werden? Dem populären Irrtum. Was bedeutet populär? Populär bedeutet, es sind Massen involviert, oder? Wir haben vor einigen Wochen eine Predigt gehört, wo die Frage auch gestellt wurde, ob Massen jemals irgendwie Recht hatten. Das war noch nie in der Geschichte so, dass eine Masse korrekt war. Noch nie. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, sehen wir immer, dass die Masse falsch lag. In jedem einzelnen Fall. Und jetzt auf einmal in diesen Zeiten, wo wir jetzt gerade das alles gerade erleben, was in der Welt geschieht, wo jeder betroffen ist, soll uns eingeredet werden, dass die Masse diesmal Recht hat. Wie viel mehr mit dem baldigen Irrtum, der da kommen wird, wenn es um die Frage um Sabbat und Sonntag geht. Sie sagt, es wird ein falscher Sabbat präsentiert. Was macht Amari? Er präsentiert einen falschen Sabbat. Und Tausende, Abertausende lesen das im Wall Street Journal. Es wird ein falscher Sabbat präsentiert, der per Gesetz in Kraft gesetzt werden soll. Exakt die Worte von Amari. Und die Einhaltung eines Sabbats erzwingt, den Gott dem Menschen nicht vorgeschrieben hat. Die Verfolgung und der Protestanten durch das römische Reich, durch die die Religion Jesu Christi fast ausgelöscht wurde, werden mehr als übertroffen werden. Es kommt was auf uns zu, meine Lieben. Wenn Protestantismus und Papsttum sich vereinen. Damals war es ja nur das Papsttum und Staat. Jetzt hast du Papsttum, Staat und den abgefallenen Protestantismus. Ein ganzes Bollwerk an Menschen, an eine Welt, die sich bist oder ob du esoterisch bist, ob du glaubst an das Universum oder ob du katholisch oder was auch immer was du auch bist. Du findest deinen Platz hier drunter unter dem gemeinsamen Nenner, der für alle Menschen letztendlich dienbar sein soll. Und diese kleinen paar Störefrieden müssen weg, so wie Jesus damals weg musste. Weil gesagt wurde, wenn wir den nicht beseitigen, dann werden die Römer uns unseren Platz wegnehmen, unseren Namen wegnehmen, unsere Rechte wegnehmen, unseren Komfort wegnehmen. Aber sie haben ja einige gute Gründe, oder? Sogenannte Moral, die impliziert werden muss. Wovon alle, wenn doch alle einfach nur mitmachen würden, dort alle davon profitieren. Sie sagt, die Verfolgungen werden kommen, noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob einer von euch dieses Buch hat, Fox, Martyrus, oder einer mal da drin gelesen hat, Fox Book of Martyrus. Nun, wir wissen, ich habe dieses Buch auch in meiner Bibliothek. Wenn ihr mal ein bisschen hereingelesen habt, ich meine, die Endzeit, die wird wahrscheinlich nicht vielleicht in der Intensität an Martyrern sich wiederholen, wie es damals war, jetzt während der 1260 Jahre, aber die Prinzipien dahinter, die kommen nicht nur, sondern die kommen mit viel, viel stärkerem Druck. Wisst ihr das? Ich habe einige Leute, das sind nicht meine Worte, ich habe einige Leute hören sagen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, die haben gesagt, die Prinzipien, die derzeit bei Corona, die im Moment impliziert sind, die sind schlimmer, als wie damals Hitler angefangen hat. Das sind nicht meine eigenen Worte. Das sind Worte, die ich aus dem Mund gehört habe, von Menschen, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben. Und wir hatten unter uns vor einigen Tagen auch, du hattest dieses Beispiel gebracht mit der Weimarer Verfassung. Da muss ich auch nochmal dran denken, alles war für Hitler geebnet, bis das ihm die Weimarer Verfassung im Weg stand. Was kam? Zündseln Reistag an, holst es den Juden in die Schuhe geschoben, Weimarer Verfassung weg, Weg frei. So einfach. Die Menschen meinten, heute die Geschichte wird sich nicht wiederholen. Aber Pastor Paulowski, ich hatte ihn gezeigt in der letzten, Präsentation über den Cyber-Lockdown, er sagte ganz klar, dass die Geschichte sich wiederholen wird. Das gleiche ist wie damals unter dem Kommunismus und Sozialismus. Er sagte, und hier sind wir wieder, die Wiederholung der Geschichte. Wissen, das ist kein Wunder, wenn ich das lese alles, für mich stellt sich hier gar nicht die Frage, wenn ich sehe, warum Christus sich so vorbereitet hat im Garten Gethsemane. Es gibt ein Zitat von Ellen White, ich habe es jetzt nicht dabei, aber wo sie beschreibt, dass das Kreuz letztendlich gleichzusetzen ist, diese Krise des Kreuzes mit dem Mahlzeichen des Tieres. Wir manchmal denken, dass wir da einfach so durchhuschen und das geht wieder vorbei. Deshalb sagte ich auch eingangs in dieser Präsentation, dass ich glaube, manchmal, selbst wenn wir darüber reden oder uns austauschen, uns vielleicht selber gar nicht so bewusst ist, dass das, was wir hier lesen, wie nahe das ist und dass das ja wirklich Realität wird und wir geistlich wirklich vorbereitet sein müssen. Christus nicht umsonst gesagt hat, wacht und betet und Christus selber in dieser Auseinandersetzung war im Garten Gethsemane, mit diesen Qualen ausgesetzt war und gerungen hat, dreimal wieder erneut gebetet hat, bis Gott ihm dann den Engel geschickt hat, um ihm die Kraft zu geben, um die Krise zu gehen. Weil diese Krise wird nicht vorbeigehen, wie einige predigen, die Krise kommt und sie kommt gewaltig. Gott hat uns nicht versprochen, da rauszunehmen, er hat uns versprochen, da durchzuführen, aber wir müssen wie Jesus uns dessen bewusst sein und darum ringen mit Gott, unser eigenes Verständnis, uns einfach ehrlich zu sein mit Gott, wo wir wirklich stehen. Ellen Weizy schreibt, die nationale Reformbewegung, die die Macht der religiösen Gesetzgebung ausübt, wird, wenn sie voll entwickelt ist, dieselbe Intoleranz und Unterdrückung offenbaren, die in vergangenen Zeitaltern herrschte. Menschliche Räte nahmen damals die Vorrechte der Gottheit an. diese Worte haben sich an die Stelle von Gott gesetzt. Und genau deshalb ist das Mahlzeichen des Tieres so kritisch. Warum manchmal die Menschen sagen, wie kann das sein, ob wir den Tag annehmen oder den Tag annehmen. Für Gott ist es eine ganz entscheidende Sache. Wenn der Mensch hingeht und per Gesetz die Gesetze Gottes außer Kraft nimmt und sagt, du musst jetzt Gottes Gesetz brechen und menschlichen Autoritäten mehr gehorchen als unter ihren despotischen Macht die Gewissensfreiheit und Gefängnis, Exil und Tod folgten für diejenigen, die sich ihren Diktaten widersetzten. Wenn das Papst oder seine Prinzipien wieder an die Macht kommen, werden die Feuer der Verfolgung gegen die jenigen neu entfacht werden, die ihr Gewissen und die Wahrheit nicht dem populären Irrtum opfern wollen. Dieses Übel steht kurz vor der Verwirklichung. Ich weiß nicht, das fünfte Band der Zeugnisse, es war wahrscheinlich, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich vermute mal, dass das so um die Zeit von 1860, 70 vielleicht, 80, ich weiß es nicht ganz, ich muss jetzt mal nachgucken, aber es war glaube ich noch im 19. Jahrhundert, als sie das geschrieben hat, aber nicht ohne Grund bezeichnet die Bibel den Papst als Antichristen, genauso das zweite Tier, aber sind wir wirklich vorbereitet? Verstehen wir wirklich, auch wenn wir darüber manchmal reden oder predigen, was da wirklich kommt und machen auch dementsprechend die Vorbereitungen darauf hin? Wenn Gott, sagt sie, uns ein Licht gegeben hat, das die Gefahren vor uns aufzeigt, und ich hoffe, dass wir das sehen, wie können wir dann klar vor ihm dastehen, wenn wir es versäumen, jede Anstrengung zu unternehmen, die in unserer Macht steht, um es den Menschen nahe zu bringen. Können wir uns damit begnügen, sie in dieser bedeutsamen Angelegenheit ungewarnt zu lassen? Die Frage stelle ich mir auch, kann ich die Menschen ungewarnt lassen? Wir sehen, das ist offenbar, Jesus sagt, er erkennt die Zeichen der Zeit, er sagt in Matthäus 24, versteht, nicht einfach nur lese, versteht, was der Prophet Daniel gesagt hat. Mein Lieben, es ist ein Aufruf, es ist ein klarer Aufruf, wie der Geist der Weiss sagt im Englischen for aggressive evangelism. Also um wirklich aktiv, dauerhaft, wir haben heute morgen darüber gesprochen, ein Seelenbrennen zu haben für Menschen, dass ich möchte, dass sie nicht in diesem Irrtum untergehen, sondern dass sie die Prinzipien Gottes erkennen und sehen. Aber leider sehen wir, wie unsere Gemeinde sich immer mehr spaltet. Nicht nur an Fragen, wie jetzt in diesem Video, ich werde das jetzt nicht durchgehen, das ist ein zweieinhalb Stunden Video, das kann sich jeder mal selber angucken. Um diese Frage, wo einige Brüder sich jetzt damit auseinandersetzen, auch auf Ebene der Generalkonferenz, ob wir uns jetzt impfen lassen sollten oder nicht und wie vertrauenswürdig das Ganze ist, aber gar nicht der Fokus auf das eigentlich gelegt wird und gepredigt wird, was der Moment eigentlich, wie das miteinander verbunden ist, sondern uns wieder viel mehr vermittelt wird, dass das, was die Medien uns sagen, was die Massen uns sagen, korrekt ist. Und das sollen wir schlucken. Das ist die Pille, die wir schlucken sollen, wenn sich unsere oder einige unserer Brüder dort hinsetzen, die über Jahre, manche von ihnen, nicht alle, aber manche von ihnen über Jahre einen Abfall in die Gemeinde bringen. Ich kann das nicht anders sagen, es ist so. Und sich dann da anmaßend zu sagen, dass wir diese Pille in dem Sinne schlucken sollten, die anmaßend ist, anstatt nach den Gesundheitsprinzipien zu gehen und anstatt zu verkündigen, was jetzt unser Auftrag ist und dass uns das wirklich in der Seele brennen sollte, rauszugehen zu den Menschen. Anstatt dies zu tun, wird uns einfach gesagt, gehorcht im Staat, geht mit und meine Lieben, mir geht es jetzt gar nicht jetzt wegen den Impfungen Corona, sondern dieses Prinzip, was dahinter steckt. Kann es sein, dass einige uns in der Zukunft sagen werden, okay, du musst den Sabbat nicht aufgeben, halt einfach nur den Sonntag mit als gemeinsamen Nenner. Man kann nicht merken, dass wir dadurch natürlich den Sabbat brechen und Gott eben nicht die Ehre geben. Lass mich abschließen mit ein, zwei Zitaten. Viele, sagt Ellen White, die sich für die Durchsetzung des Sonntags einsetzen, haben die Ansprüche des biblischen Sabbats und die falsche Grundlage, auf der die Institution Sonntag ruht, nie verstanden. Deshalb müssen wir auch zu ihnen hin und uns bemühen. Und sie sind blind für die Folgen einer Sonntagsgesetzgebung. Sie sehen nicht, dass es ein Schlag gegen die Religionsfreiheit wäre. Aber jede Bewegung zugunsten der religiösen Gesetzgebung ist in Wirklichkeit ein Akt der Konzession an das Papsttum, also eine Zustimmung, das seit so vielen Zeitaltern unaufhörlich gegen die Gewissensfreiheit gekämpft hat. Der Sonntag verdankt seine Existenz als sogenannte christliche Institution, dem Mysterium der Ungerechtigkeit, dem Menschen der Sünde, the mystery of iniquity. Durch seine Durchsetzung wird praktisch eine Anerkennung der Prinzipien sein, die der Grundstein des Römertums sind. Wenn unsere Nation, Amerika, den Prinzipien ihrer Regierung so sehr abschwört, dass sie ein Sonntagsgesetz erlässt, wird der Protestantismus in diesem Akt dem Papsttum die Hand reichen. Er wird der Tyrannei Leben einhauchen, die seit langem begierig auf ihre Gelegenheit wartet, wieder in den aktiven Despotismus zu springen. Despotismus bedeutet einfach nicht weniger als das System der Gewaltherrschaft, unumschränkte Herrschergewalt. Mein letztes Zitat. Angenommen, unsere Brüder wären nicht nach Washington gekommen. Sie spricht jetzt im Kontext von damals den Ereignissen von 1888, als das Blair-Gesetz eingeführt werden sollte. Angenommen, unsere Brüder, Malons und G. Jones unter anderem, wären nicht nach Washington gekommen, als sie es taten. Nehmen wir an, sie hätten sechs Monate oder ein Jahr lang getrödelt. Was wäre das Ergebnis gewesen? Der Gesetzesentwurf über die Gesundheitsgesetzgebung wäre direkt hineingeschoben worden. Und ich weiß nicht, wie lange oder wie schwer wir hätten kämpfen müssen. Aber durch die Barmherzigkeit Gottes waren unsere Brüder in der Lage, diese Bewegung zu verhindern, obwohl sie dafür andere dringende Arbeiten vernachlässigen mussten. Ich kann ihnen versichern, dass ihre Hände und Herzen voll waren. Sie beteten, und das ist das, was wir auch tun sollten, damit möchte ich abschließen. Sie beteten, sie streckten ihre Hand nach Gott aus, und sie schickten überall Traktate und Flugblätter aus. Und wo immer dieses Lesegut hinging, drang das Licht der Sabbat-Wahrheit ein. Es wurde ernsthafte Arbeit geleistet, und ständig stiegen unsere Gebete zu Gott auf, dass er seine Kraft auf jeden, der an der Arbeit beteiligt war, ruhen lassen würde. Meine Lieben, wir haben heute Sabbat, und ich weiß, dass zu dieser Stunde jetzt, liebe Brüder, draußen sind, wofür ich dankbar bin. In einigen von ihnen waren wir letzte Woche in Amsterdam, und sie sind heute wieder draußen, sie sind beständig draußen und gehen an die Menschen. Und es sind natürlich jetzt nicht nur Demonstrationen, wo wir hingehen, sondern unsere persönliche, in der Nachbarschaft, Familie, wo auch immer, natürlich, wir wissen das. Aber dieser Tatendrang, wir sollten, wenn wir diese Dinge sehen, und uns das nicht dahin bewegt, tatkräftig zu werden, zeigt es einfach nur, wie wir am Schlafen sind. Es zeigt, dass wir das Opfer Christi für uns nicht verstanden haben. Das zeigt das. Weil wenn wir es verstehen würden, ich habe das jahrelang auch nicht verstanden, aber wenn wir es wirklich verstehen würden, ich könnte nicht anders, wie rauszugehen und aktiv zu werden. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet, wenn wir jetzt abschließen, dass wenn wir diese Zeichen der Zeit sehen, dass wir sehen, dass wir so nah mittlerweile am Mahlzeichen des Tieres sind, dass die Prinzipien so deutlich, sei es jetzt mit diesen ganzen Masken, Corona-Impfungen, dass es so deutlich eng verbunden ist, dass das Mahlzeichen des Tieres eingeführt werden kann. Wenn wir das sehen, das hoffe ich, ist mein Gebet, dass wir Gott auch zur gleichen Zeit bitten, dass er uns mehr Kraft des Heiligen Geistes schenkt. Und dass wir mit Gott auch bitten und flehen und was wir tun können. Einige Ratschläge haben wir jetzt hier gerade gelesen und wirklich aktiv werden, um diese Wahrheiten rauszubringen und Menschen ihre Sympathie für Christus gewinnen. Und wenn das euer Wunsch ist, möchte ich euch auch gerne einladen, auch euch, die ihr zuschaut, gemeinsam mit uns jetzt zu beten. Unser Vater im Himmel, wir möchten dir ganz herzlich Danke sagen, dass du uns das prophetische Wort gegeben hast. Herr, nicht einfach nur, um eine Stunde zu verbringen damit, was in der Welt geschieht und wir uns irgendwie daran ergötzen, Herr, sondern dass wir wirklich, dass das Wort erfüllt, was Petrus schreibt, dass der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Herr, du hast uns gesagt, dass wir diese Dinge beobachten sollen, dass wir sie verstehen sollen. und dass wir sie weitergeben, dass Menschen in dieser Finsternis, die in dieser Welt herrscht, dass sie einen Durchblick bekommen, wenn das Licht der Wahrheit wirklich in ihre Herzen scheint. Herr, wir möchten nicht die Moral dieser Welt annehmen. Wir wissen, dass alles, es hört sich so gut an, aber wir wissen, dass es damit verbunden ist, dich zu verunehren und dein Gesetz zu brechen. Und dass es letztendlich nichts anderes ist, wie die Sünde zu akzeptieren und anzunehmen. Herr, aber danke, dass wir dein Wort haben und dass wir auch die Zeugnisse haben, dass wir darin lesen und studieren können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns allen, die wir jetzt hier sind und zuschauen, einen Hunger schenkst in unsere Herzen für das Wort Gottes und für die Menschen, um es rauszugeben auf vielerlei Art und Weise und dass wir die wahre Gesundheitsbotschaft, auch die wahre medizinische Missionsarbeit und alle diese Dinge der Erziehung wirklich wieder erfassen und dass wir uns nicht demotivieren in der Gemeinde, sondern dass wir uns gegenseitig motivieren, füreinander beten und unseren Auftrag wirklich wahrnehmen und uns nicht mit diesen Nebensächlichkeiten beschäftigen und Dinge, die verwirren und die auf falsche Wege führen. Herr, wir möchten dir danken, dass du bei uns warst und uns geführt hast und wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt in den kommenden Stunden dieses Sabbats in unseren Herzen regierst und uns Liebe und Eintracht untereinander schenkst. Herr, sei du auch bitte jetzt mit denen, die heute draußen sind auf der Straße, die ihre Zeit und ihr Geld jetzt opfern und ihre Gabe und Talente einbringen, dass sie die Menschen da draußen erreichen. Bitte segne du diese Menschen, alle, auch die, die in den letzten Monaten wirklich erreicht wurden durch die Bücher, aber auch heute wieder, Herr, wir möchten dich bitten für offene Herzen und dass du ihnen keine Ruhe lässt, dass sie diese Bücher wirklich lesen und die Wahrheit erkennen. Dafür möchten wir dir danken und möchten dich loben und preisen im Namen Jesu. Amen.